Oh, guck mal, wie ist der schon wieder? Ich hab eine Idee. Oh, guck mal, girl. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh, guck mal. Geil! Ich schicke das. Ja, mach so. Okay, ist geschickt. Runa, du willst was? So geil. Was sollen wir uns kaufen? Keine Ahnung. Wir werden mit einer Pizza. Ja, das ist so geil. Was? Such du dir was aus. Keine Ahnung. Dann nehme ich heute das Brötchen. Oh nein, ich muss los, mein Bus. Ciao. Wurde, Wurde, Wurde! Seine Ahnung! Wieso? Hä, hast du noch meinst oder meinst? Du mich, du mich schlagen! Ich hab dich nicht geschlagen. Doch ich auf Mauer sitzen, telefonieren, dann du mich geschöpst und mein Handy weg. Ich hab dich nicht geschöpst. Ich hab dich nicht geschöpst. Mit wie kann ich noch gehen? Eine Szene, die wir uns selber ausgedacht haben, um zu zeigen, dass man mit Mobbing wirklich nichts spaßen kann. Mobbing kann sogar ernsthafte Fälle haben, nachfolgen, weil, wenn ihr jemanden mobbt, kann er damit zu seinen Eltern gehen und dann könnt ihr eine Anzeige kriegen und er kann sich wirklich richtig verletzt fühlen, auch wenn es nur Spaß macht. Mobbing ist wirklich kein Spaß, also lasst es lieber. Hashtag nicht egal Projekt ist uns eigentlich allen sehr wichtig, weil es geht ja nicht nur um normales Mobbing, sondern auch um Cyber Mobbing, was auch sehr schlimm ist. Wir sind alle gegen Mobbing.